Sehr schön. Haben die Skrater normalisch reingepackt? Ich glaube ja, ne? So, ab nach oben. Ja, dann. Und das ist immer noch Standard. Tausend. Vier tausend. Uiuiui. Wir müssen wahrscheinlich erstmal alles kaufen, ne? Zack. Hm, und schon noch teurer. Wir müssen wahrscheinlich erstmal das alles kaufen. Bis wir auf die nächste Stufe kommen. Hm. Okay. So. Okay. Erstmal so an die Wand dran. Das ist ein Regal. Teppich. Ich denke, ich kann da vor... Kann man das wieder abbauen, okay. Hm. Können halt noch mehr davon ansetzen, aber... Warte mal. Sack. Sack. Ich wird... Ich wird... Die Uhr dahin. Teddy. Teddy. Oder was das auch immer sein soll. Hm. Komfort Level 1. Ich weiß gar nicht, was das bringt. Ich hab' keine Ahnung. Das Ding packe ich mal da hin. Ein Regal da. Das Ding packe ich da hin. Ich kann sowas eh nicht. Das ist normal. Und in die Ecke. Vase. Kann da hin. Sonst hab' ich davon auch schon wieder alles. Okay. Ich weiß nicht, was das Komfort bringt. Egal. Okay. Zwei Stück davon. Ja. Ja. Kannst du haben. Danke. Sie ist nur so zierlich, dass ich Angst habe, sie kaputt zu machen. Okay. So. Danke sehr. Es ist schön, Leute, wie dich in der Kuh zu haben. na komm, das ist Nummer 2 nur umziehen so, wie war das hier? da von 5, da von 5 da von 5, da von 5 5, 5 ja, momentan ist das noch echt teuer das kriegen wir auf jeden Fall voll die Linsen brauchen wir auch immer noch die 5 Stück warum ich das aber noch nicht gemacht habe keine Ahnung das sollte ich eigentlich gucken wir mal warum müssen die Musik alle 5 5 5 5 5 was ich eigentlich machen kann was wir halt von den anderen Dingern noch mal welche sammeln zack, zack manuell äh in dem brauchen wir auch 5 ne? glaube ich weiß es gerade gar nicht ich habe schon wieder die Hälfte vergessen ne, Linsen brauchen wir 5 ja das weiß ich tschüss Gott wie sieht das hier oben eigentlich aus? ich brauche ja eigentlich nur einen warum ist denn keine Musik mehr da? hallo? hm es fehlt doch nur einer dann können wir klonen dann können wir den klonen deswegen fehlt halt wirklich nur einer warum ist die echt spiele ich gerade schon so lange dass die Musik alle ist obwohl sie immer eh mal Dauerschalt bekommt hm hm normal aber das einzige was ich machen könnte am besten ist ihn einmal zu stoppen das brauche ich doch auch nicht mehr so weil dann habe ich mehr Glück ja ich glaube gleich werde ich zurückkommen müsste ja einer sein ok ah die Blume fehlt noch Mist und das Ding ok ok dann ist das fertig ich finde nur noch 3 ne oder 4 die Blumen 3 Stück da von 5 und da von 5 die brauche ich gar nicht tschüss ich will erstmal was gucken ob hier wieder einer ist da ok ich habe mich gerade schon gewandert warum ging denn das jetzt nicht ja ja ist klar Misty ok ok meiner dann kann ich nämlich das erstmal wieder aktivieren zack und den kann ich dann klonen dann muss ich nur gucken was ich dafür brauche und dann habe ich den nämlich auch schon mal so was brauche ich denn dafür ah ok das sehr gut äh da war das Lager voll passt doch hm so nochmal nochmal links glas hauen ist eigentlich ganz gut dass man auch vieles nur mit Tasten hat weil man gerade eine Hand gelegt hat hm achso ups meine zu viel egal passt schon nochmal ausschalten ich lass das da liegen ein paar Stunden guck mal einer an 5 wie sieht das aus mit denen hier eigentlich das Problem ist das Ding braucht das gerade ne hm 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 das Ding noch jemand ich brauche 5 davon hm 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 von den zusammenkriegen das dauert ein bisschen deswegen ich bringe erstmal die anderen sagen kurz rüber ich weiß halt auch gerade gar nicht ob ich so module doch hier hätte ich gerade mitnehmen können naja und die blumen habe ich auch schon wieder vergessen hier liegen auch nicht mehr drin so vier stück von denen noch drei von den blumen immer spring ich da komisch gegen und bleib überall dran hängen den ganzen sand der hier rumliegt ey die sammeln aber zu viel sand die sind auch einfach voll ey so fünf stück brauch ich von denen äh drei dann fünf stück dann kann das ding abgebaut werden brauche nämlich von denen hier welche aber dafür brauche ich erstmal die und dass das ding da nicht steht läuft sorry erstmal und irgendwas habe ich eh wieder vergessen wahrscheinlich gut das ist fertig alles klar jetzt fehlen noch drei so fünf stück davon vier davon fünf da und fünf von denen das sind okay das sind die alles klar die super computer das sind die hyper da müsste ich mal ganz kurz gucken die hier brauche ich nicht das ist die musik so rein damit eine haben wir davon ich glaube das ist auch zu viel hier ich shut den erstmal ab dann musst du erstmal die summen wir brauchen aber dann die das ist auch das maß das brauchen wir dafür das war das das war das das okay aber drei haben wir von denen auch und vier brauchten wir und sechs brauchen wir von denen vor allem die landen auch erstmal hier mit drin ne momentan läuft es nicht weil er erstmal die anderen produziert oh so zack ich habe gesagt du hast die musik geblieben und dann noch hier so das soll jetzt schneller gehen von denen haben wir auch nur zwei stehen von denen haben wir auch nur zwei die sachen zu lagern obwohl er beliefert ja auch erstmal nur die die ja beliefern kann wo grad schon nix läuft aber die musik ist echt alle alle grad ne die musik ist richtig alle alle wie sieht das hier aus die dinge sind voll das ist völlig in ordnung das läuft zwei stück wie viel hatten wir hier vom stahl okay 81 ja das bringt momentan nix wenn ich das so mache später kommt nämlich noch das deswegen kann ich das ding auch erstmal fliegen lassen ich habe aber noch zwei stück gehabt äh so Aha. Eins. Drei. Was für Geräusche. Ups. Achso, ich muss die ja noch einstellen. Deswegen machen wir die Geräusche, oder? Jep. Hallo, ich bin nicht eingestellt. Stell mich ein. Ich warte. Äh, zack. 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 Zack, zack, zack. Kann das sein, dass ich das andere geröscht habe, eben? Als ich den Blödsinn gemacht habe, dass ich es dann auch abgebaut habe? Vier Stücke gehen noch. Hm. Aber ich weiß, es sind nur noch sechs Stück. Ach, es ist eh nur noch einmal, alles klar. Zack. 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 So, der Rest ist dann nur noch der Packer. Einmal. Und das sind dann wieder hundert Stück. Hm. Das Ding ist auch so voll, ey. Ich weiß gar nicht, wie viel vorbeil? Wie viel brauchte ich? Zehn Stück. Äh, ich soll es doch einstehen, ne? Ich bin da auch vom Bruggerät 100. Für ein. Hm. Es reicht eigentlich, dass ich davon nur einen habe, jetzt. So. So. Dann packe ich das einmal hier rein. Glaube ich die einmal hier raus. Davon brauchen wir auch gerade nicht mehr so viel, ne? Aber wir ja gerade genug haben. Eine reicht. Würde ich mal so sagen. So. Jetzt geht's schnell. Sieben Stück für ihn noch. Dann kann ich den Verpacker einmal anschmeißen. Hm. Apropos. Wie viel habe ich jetzt davon? Eins. Drei. Glaube ich die hier auch nochmal raus. Zwei Stück. Nice. Gar nicht mal so viel. Passt schon. So. Dann habe ich die einmal. Flop. Wie ich da einfach nichts mehr drin habe. Hallo? Hallo? Ich komme hier gerade. Nicht mal raus. Ich kann sowas machen, aber ich komme hier nicht mal raus. Ich muss auch mal das Spiel abschließen. Ich muss mal das Spiel abschließen. Ich bin gleich wieder da. So. Da bin ich wieder. Ja. Keine Ahnung, was das gerade war. Was war das denn? Hm. Klingt jetzt einfach nicht mehr. Also nicht mehr raus. Hoffentlich funktioniert es aber. Joi, joi, joi. Mal gucken. Ja. Hm. Ich war halt da drin. Ich wollte nicht da rein. Aber irgendwie hat er rumgespackt. Zack. Okay. Mal das einmal so. Dann kann ich die auch wieder abbauen. So. Knapp. 2000 kriegen wir dafür. Okay. Ist aber auch nicht gerade wenig. Hm. Na, was war das denn eben, ey? Ich habe noch nicht gehabt. Und es lief halt ganz einfach reibungslos, ne? Aber wirklich reibungslos. Ähm. Ja. Auf drei Stück noch. Die macht er gerade. Es dauert halt seine Weile, ne? Ich gehe trotzdem mal nach oben einmal. Ich will mal was gucken gehen. Mama, das war fertig da, genau. Was fehlte hier noch? Das Ding. Dann können wir das selber bauen. Okay. Das haben wir komplett. Zack. Zack. Das war das. Wir kosten die auch noch. Das hört sich an, ob die da einfach am Rückhafen aufgezeichnet haben. Das hört sich echt so an, ob die auf dem japanischen, äh, oder koreanischen Bookerfemore aufgenommen haben. avoastrar auf er nos preferen. processonniert. Amn slump. びkut. Daumen. Was. Oh.